Hey! Inspiriert auf mein letztes Mal gegen Langeweile habe ich heute ein richtig cooles Deckblatt für euch. So könnt ihr richtig viel Ordnung in eure Blöcke schaffen und zum Beispiel eure Schulfächer einzeln abtrennen und so nie wieder Unordnung haben. Ihr seht schon, wir machen solche Blobs und achtet darauf, dass ihr zwei groß in der Mitte freilasst. Da könnt ihr jetzt nämlich euer Fachname, Klasse, Datum eintragen und fertig! Viel Spaß beim Nachmachen!